Hallo Freunde, was ihr da habt, ich komme zu Road to Legend 31 Seit langem nehme ich mal wieder ein Road to Legend auf, also wirklich auf Die letzten Road to Legends waren ja alle einfach aus den Streams rausgeschnitten sozusagen Und ja, da dachte ich mir, muss es mal wieder so sein, dass ich wie früher oder wie vorher ein Road to Legend so aufnehme Und das tue ich jetzt Und ich spiele mit dem, ich bin auf Rank 5 zur Zeit, leider Im Legend habe ich erreicht, also wirklich an Road to Legend Ich spiele jetzt gegen Suhl, Suh's easy mit dem Deck, das ist ein Cthul-Warrior Ich weiß nicht, wie sie so laut sind, aber Cthul-Warrior mit keiner Elise drin, sondern Doomcaller Im Control-Meinschaft ist das super, wenn ich Cthul nochmal ins Deck tun kann Oder vielleicht sogar mit Brain, wenn ich Discounte, Doppel-Cartoon ins Deck tun kann Ja, ist auf jeden Fall relativ stark Finde ich besser, beziehungsweise ist glaube ich auch, also im Control-Match-Up zumindest besser als Ähm, random Random Spells Äh, random Legendary Minions Und einfach Spells sagen, naja Ravaging Ghoul ist auch nice in dem Match-Up Ähm Kaufen oder Verkaufen Okay Tschüss So Schildblock Mh Ist das okay Ja Hm Brawl Kommt dann nächste Runde oder was Ja, ich greife diese Runde nochmal den an Mach das so Ob danach brawle ich, dann kommen hier diese kleinen Dinge raus Und danach kann ich das spielen So Irgendwo war ich eben stehen geblieben Also das Deck spielt halt Doomcaller und nicht Elise Elise, ähm Ist halt im Agro-Match-Up vielleicht ein bisschen besser, weil es ein Early-Drop ist Das ist aber auch 4 Mana 3,5, ist halt nicht die Welt Ja Nichts Besonderes Aber Aber der Doomcaller Und im Control-Match-Up hat man halt seine legendären Diener Die ganz zufällig Ähm Ja Die man ganz zufällig bekommt Ähm Aber beim Doomcaller hat man dann halt sein Cartoon Und ein Cartoon ist vielleicht besser als 3,4,5 legendären Diener Also ja, nicht unbedingt, aber Vielleicht Brawl Auf jeden Fall Ähm, ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm, dass ich gerade ein bisschen Der das Mikro von außen angemacht habe Ich meine, das ist gerade an mir Ähm Okay, das ist das Das ist das Ja, nicht so Kann ich schon hier Rumscratchen Und der Weg ist, glaube ich, aktiviert jetzt, oder? Kann das sein? Ähm, ja Sehen wir jetzt auf jeden Fall Wichtel Okay Ne, ist noch nicht aktiviert Ähm, ja Dann denke ich mal Das da drauf Ähm, das Kommt am Ende ein, ähm Imp wieder raus Ist kein Problem Aber ja Ja, der kann halt den, äh, 2-1-Satz-Traden Aber ist okay Ich habe mir wenigstens noch einen 3-3, ja Und nächste Runde kann ich dann meine Justica spielen Und meine Heldenfähigkeit aufpushen Okay Was spiele ich jetzt? Ah, das ist okay Hm, okay, ja Der Trailer Ähm Na, Justica Hä, habe ich das jetzt einmal gebufft bis jetzt? Wot, wot Krass, okay Ja, das ist scheiße, wenn man, wenn man nicht baffen tut Aber ich meine, kann ich jetzt auch nicht ändern Ähm Ja, Sylvanas ist, naja Justica und Heldenfähigkeit pushen ist okay Aber Ich denke mal, ich kill den Hm, ich spiele dann Justica oder Sylvanas Ich denke mal Sylvanas So Justica als Barallina Um So ich fahre angreifen? Na Ich kann eigentlich auch... Attack, Attack Das Ja Ja ich mach das dann so Das Execute Attack Und ja dann kann ich Justica, Heldenfähigkeit oder den spielen Und hoffen dass der Überlebt Und dann 16 Schüsse in nächste Runde 16 Schüsse plus 2 Angriff von der Und vielleicht von der noch 5 Angriff Der hat auch keine Der hat auch keine Dinge mehr Der hat auch keine Defender mehr Das einzige was er haben könnte ist Soulflyer jetzt auf das Und der ist auf 15 Ja das ist dann Englisch Ah ok Ähm Aber ich denke mal das ist auf jeden Fall Litze Nice ja Wir können auf jeden Fall noch ein game machen weil das Das ist grad ein bisschen gestört Also das Spiel Kein Ding immer gerne Hm ey Alle ziehen Gromarsch durch mich Ich weiß nicht wieso Alle ziehen Gromarsch durch mich das so krass Ähm noch ein Hexenmeister Ist nice Diesmal direkt ein Jünger Ähm ich hoffe dann kriege ich jetzt 2 Buff Karten Und kann Aha Kann er Turn 7 die Synergy Karten spielen Und ich hoffe dass das so ist Okay so Und Keton Super Ähm jetzt kommt glaube ich Ja zerschmettert Ich kann doch Jünger spielen Ähm ich weiß nicht Jünger ist auch mit Äh Jünger Jünger Ja mal guck mal Hm Schildblock Jünger Ähm Ähm Boah Ja 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 scheinbar jetzt ist nice Ah hab ich schon eine Das Ding ist mit Jünger kann ich hinrichten Das ist gut Aber Jünger ist halt das Problem Okay das ist gut das ist super Den werde ich dann jetzt hinrichten Ja wobei der ist noch nicht so gegrowt Aber ich mein muss auch nicht growen So und Katoon hat jetzt auch gedacht das ist gut Als nächstes wird der jetzt mit einem traden Und den werde ich dann auch mit dem clearen Ich denke mal der wird mit dem traden Ähm da kommt 2 1 1 Ah das ist kacke Ja die ist super die Karte Okay ja den kann ich dann clearen ist gut Mh 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 So Katoon hat 10 10 ist auch gut Ja Alpha Ja das könnte ein Brawl Geben Mh Könnte Sollte müsste Mh Ja weil der Jungler ist halt ne Ja ich glaube Brawl ist es Mh ja Und ich kann diese Runde cartoon Äh best 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 outcome Ich kann diese Runde wieder cartoon mit äh 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 mit Brand sogar in einer Runde spielen Wenn nicht Wenn nicht Wenn ich vorher ähm Emperor ziehe Und dann Discount 2 Mana 9 Mana Und mit dem Coin habe ich 11 Mana Das ist nice Forbidden Raito Ich könnte jetzt wieder brawlen Oder? Brawl Brawl Dann den spielen Äh die Oder was? Ganz 1 1 so cool So und Depp in zwei Karten ist gut Das ist das Ja ich kann auch als äh Zölfer turn 9 spielen zum Beispiel Ist auch gut Hm Ich meine erklärt das ganze Wort Was will man mehr Äh was ist das Was geht da drauf Oh Emperor Emperor ist nice Ja das Das gibt nen dicken Cartoon Und nix Grund kann ich Cartoon dann nochmal buffen Hatte 14 14 und 28 damage Das ist nice Das ist unfair aber nice BAM BAM Oh Ich baller den so tot Übernichtsrunde Auch wenn er Ja Gott ist schild hier Gott ist schild da Ähm Ja Ich werde auch noch den auf dem Feld behalten können Denk ich mal Das ist du Das ist du Das ist du Und hinrichten Ja ich brauche hinrichten Ich habe ja die Runde gewonnen Ja ich kann davor hinrichten wenn ich ja Ja genau Ja Ja Der tradet den ich meine Das ist Das ist hart Okay der tradet den Ähm Justica Ja 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 Nix von er habe standen BAM Wie viel ist das 28 damage Das heißt der muss auf dem Board jetzt 7 7 life haben Das sind 4 3 fehlen ihn Ok jetzt muss er wieder Jetzt muss er Ok danke Ja das ist Das ist bitter BAM BAM Wie viel hat der denn hier 2,5 21 Und Oh BAM Ich muss das gar nicht machen Ihr wisst das Ich verstanden was das sollte Das war BM BAM 14 BAM 28 Fertig Das Spiel ist fertig Easy Easy going Also niemals den Gegner als zweites spielen lassen wenn du gegen Cartoon Warrior spielst Nein Spaß Aber krass Also gegen Zoo ist das halt Ähm ja Ähm Ich schaff das auf jeden Fall gut Gut Eine gute Win Rate raus zu holen Ähm ja das war es dann auf jeden Fall mit dem Road to Legend Draußen sind wir hier am spielen Ich hoffe man hat mich gut verstanden Und ähm Ich denke mal ihr habt es gesehen aber die Deck Checks sind raus Ähm Kommen die glaube ich auch gut an Was ich mir auf jeden Fall vornehme ist ja jetzt kam die zweite Deck Check Reihe sozusagen Also wieder neuen Decks Und bei der dritten Reihe wenn ich dann noch Bock haben werde dann werde ich auf jeden Fall Budget Decks machen Also günstige Decks Weil diese Deck Checks mache ich halt auch für die die ja nicht wissen was sie spielen sollen Ähm in der Hudson Gruppe zum Beispiel sehe ich das kriege ich das oft mit und habe auch wenn ich streamer kam zum Beispiel Leute Da war sogar einer der kannte mich aus den Videos also ja cool hat mich gefreut Aber ja manche wissen halt nicht was sie für Decks bauen sollen beziehungsweise sie wissen es Die wollen es spielen aber die haben nicht genügend Staub und können sich nicht darauf verlassen dass das Deck gut ist Weil sie das Staub nicht wieder kriegen weil sie nicht unendlich viel Staub haben so wie ich oder der ein oder andere ähm mit dem Sponsor In Anführungszeichen Auf jeden Fall ähm mach ich das halt für die aber es gibt auch viele die nicht mal bisschen Staub haben Also die müssen sich halt auf Budget Decks verlassen und dann denke ich mal die nächste Reihe wird das dann äh so ähm vollenden was heißt vollenden Ja ne Trilogie ja mal gucken auf jeden Fall wird die dritte Reihe dann mit Budget Decks sein denke ich mal Ähm könnt ihr aber in die Kommentare schreiben ob ihr Bock drauf habt Auf jeden Fall war es das mit dem Road Legends wünscht mir Glück ähm dass ich dieses Season noch Legends schaffe ähm Falls ihr Bock habt ich stream jetzt immer nachts ab 23 Uhr so ähm dann bis 4 Uhr oder so halt je nachdem Schaut auf jeden Fall rein ist immer nice ähm macht auch immer mehr Spaß so je mehr Leute da sind auf jeden Fall Danke 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 Bitte 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 Ich hoffe ich kann euch immer noch weiter unterhalten und euch viel beibringen und es reicht jetzt aber Ich meine ist jetzt genug gelabert und Ciao Ich meineinige an Danke Tsch Tsch